Moin, wir sind hier auf dem Turnier in Echolstedt, sind jetzt angekommen, Kalypso machen wir gerade fertig, Sarah reitet jetzt eine Springpferde A 1 Sterne und dann als zweite Prüfung eine Springpferde A 2 Sterne. Morgen! Wir gehen jetzt zum Abreiteplatz. So, Sarah reitet jetzt gerade ab und vielleicht könnt ihr euch ja erinnern, wir waren ja letztes Jahr auch schon hier. Das war ja eines unserer ersten Videos. Wir sind jetzt noch mal hin? Ne. Ich bin jetzt dran. Ich bin jetzt dran. 29 Kalypso, Räumenburg-Stutte, 6-jährige Punkt für Straumann-Ziemadon. Riga und Zangemann. Auf einen, auf einen Ruf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kann doch nicht sein. Sarah, trotz alledem können wir sehr zufrieden sein. War doch gut. So, ich gehe gerade auf Apfelsuche für Kalypso. Da sind schöne Äpfel. Du kannst so schön sehen, Sarah. Ich bin so froh, dass ich das drauf habe. So, ab geht's nach Hause. Ja, das vergesse ich immer. So, ich muss jetzt noch mal das wunderschöne Jackett festhalten, weil... Okay, man sieht es nicht. Es ist aber so richtig sauber. Was ist denn das für eine schöne Stelle in deinem Rücken, Sarah? Was ist denn das für eine? So eine richtig schöne angeknutschte grüne Stelle. So, Sarah, dann gib mal eine kurze Meinung ab zu den Ritten heute. Also, wir sind ja jetzt gleich zu Hause. Ich habe mich jetzt langsam wieder ein bisschen beruhigt. Die erste Prüfung war so ein bisschen lala. Beim ersten Sprung habe ich auf den Abreiteplatz geschaut. Hat sich nicht konzentriert auf die 1. Deswegen runter geholt. Dann waren wir eigentlich ganz flüssig im Gang. Kombination zu groß reingekommen. War dann zu eng. Steilsprung und Ochser gerissen. Und ansonsten war es relativ unspektakulär. Das seht ihr ja dann auf dem Video. Für das zweite Springen, das 2 Sterne A, habe ich mich dann auch gar nicht mehr so dolle viel vorbereitet. Noch mal zwei Steilsprünge gemacht. Zwei Kreuze. Und da war sie auch besser drauf. Sie war ein bisschen geschlossener und frischer als bei der ersten Prüfung. Und es lief eigentlich sehr gut. Bis zum letzten Sprung. Den habe ich zu kurz rum genommen. Und habe dann noch mal eine Parade gegeben. Da war der ganze Fluss raus. Da ist sie drunter gelaufen. Und hat die Stange runter geholt. Leider 7,0. 0,5 Abzug. 6,5. Da sind wir dann auch direkt zum Hänger geritten. Aber im Großen und Ganzen kann man ja ganz zufrieden sein, ne? Ja. Calypso, ihr letztes Turnier. Da ist dann alles zufrieden gewesen dieses Jahr. Gut gegangen. Wir machen jetzt nicht den Blitzplan. Wer hat den Blitzplan? Mal langsam. So. Yeah. Ja. 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 Du hast dich mit dem Stennen? Ja. Du hast dich mit dem Mausher. Ja. Erkammel, Engholzstedt, Johanna, Sarah, Jan Sissan, Halifo und Lohrein! So, Sarah trägt gerade noch schön die Stollen raus, gell Sarah? Ja, aber so. Und Kalifo ist gechillt, so wie schon den ganzen Tag. Und dann geht Kalifo auf die Weide und dann ist Feiermann her. Ja. Hier ist nochmal für alle Pedos unter euch. Wir haben ja Klicks kriegen diesmal, ne? Der Arsch und hier noch was anderes oben. Genau. Nicht, dass wir ja noch gespart werden, Sarah. So, tschüssi du kleiner Alien. Viel Spaß. Tup dich aus. So, wir möchten uns noch von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns vielleicht wieder zum Turnier in Utenbach. Da reiten wir alle Dresur. Und vielleicht gebt ihr uns ja einen kleinen Daumen nach oben und lasst eventuell ein Abo da. Ciao. 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 Ciao.